Ja, und damit herzlich willkommen zu einer neuen Nummer, nennen wir es mal Let's Play, oder Let's schau mal rein in Spookies House of Jumpscares. Ich habe nicht in das Spiel reingeschaut, ich habe bis dahin nachgeschaut, wie der Ton ist, und der Ton war am Anfang sehr laut. Und man kann hier drüben in den Einstellungen nicht irgendwie die Anstellungen anpassen, sondern man muss sie in den Windows-Einstellungen, nö, Windows-Einstellungen anpassen. Ne, fangen wir mal an. New Game. Ja, okay. E-Enter-Space und Left-Click. Okay. Oh, lol. Hallo, ich bin Spookies. Ah, cool. Hi. Na? Wie geht's? And this is my home. Can you, humble player, make it through a thousand rooms? Can you find what lies at the end? Oder is there even at the end? Cause I don't really know. Anyway, just, just go. Ah, nein. Wo hin? In die Richtung, oder in die Richtung? Okay, äh, springen kommen wir hier nicht, ne? What? Ah, ja. Leil. Nein. Hm, hm, hm. Okay. Hm, hm. 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 Also schon 20, 30 Minuten lang aufnehmen und dann höchstwörlich zusammenschneiden. Ja, ja, ja. Hey, ein Bild. Süß. Ein Tisch. Okay. Cooles Bild. Hey, ein Bild. Kann man schlafen? Nein. Kann man irgendwas nicht in seinen Schränken machen? Nein. Woah, das ist dunkel. Jackal? Kann auch nicht mitnehmen. um es ist so das nicht das mit hoffn und jüdig hoffentlich sonntags hoffentlich über den blick davon ich bin schon bei dem blick erschrecken mal ganz ehrlich das ist knofe die Mausten so zwei Wege und hier geht es nicht weiter um die Kommen die die – – – – Kerze. Warum hab ich so Bubbles um mich herum? Weiß ich nicht. Ich will die Kerze haben. Oh cool. Ich sprint mich einmal. Und ich hab keine Ausdauer mehr. Yeah. Konnte man nicht irgendwas machen mit Left Click? Irgendwie attacken oder sowas? Man kann nicht attacken. Oh Gott. Da bin ich gerade ein bisschen zusammengezockt. Aber ich hatt auch wieder so knuffig aus. Aber wir müssen uns herumschmeißen hier. Ich hab nichts herumgeschmissen. Ja komm. Hier irgendwo wird gleich auch wieder was kommen. Nicht? Okay. Komm. Dreh mir mal auf den Sprung zu. Nein. Okay. Noch ein Bett. Dreh mir mal auf. Wo ist der Seite? Was? Lass mich mal lesen. At first this place just seemed cute, but I've been here for days now. I'm feeling quite perished now, and I keep getting this feeling like I am being watched by something. This is not romantic at all. Oh, nein, nicht drei Türen. A black bed, okay. Warte ich mal, und noch gar nicht verteile, ich bin in 375 Minuten. Das macht keinen Sinn! Hey, Teppich! Was sollst du denn bitte schon sein? Zettel! I know something is following me, but I feel like I am prancing through the same rooms over and over. Hopefully leaving notes as red crumbs will prove I am making progress and reaching some destination. I just hope I don't run out of ink, I am dreadfully thirsty. Hawk Auf Warte, noch ein Teppich. Noch ein Teppich! Ink Not quite quenching my thirst. Taste is terrible, stains are terrible. I don't think drinking it was a very romantic idea. Loll Wenn man drauf steht, so was zu trinken? Mein Gott, warum denn nicht, ne? So. Was haben wir denn hier noch so? Tür! Hab dich vermisst! Oh, nicht schlimm, wieder zwei Türen. Oh, muss ich die Kette nicht anmachen? 1, 2 oder 3, hier gehen wir zurück. Lock mal, kann ich mal zurück gehen? Oh, okay. Mh, okay. Jetzt gehen wir mal gerade aus, jetzt gehen wir mal da lang. Oh Gott, gleich kommt wieder was. Ich hab's gewusst! Ich hab's gewusst! Jetzt hab ich mich sogar nicht erschrocken. Hahaha. Geh weg. Fenster! Oh, ähm. Es sieht so aus wie ein junger Slenderman, der sich erhängt hat. Da 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 da. Hä? Wollen wir hier schon? Oh, ne Ahnung, aber da sind Türen, hier zu den Türen. So. Stühle, okay. Ich glaub ich mach das doch keine 20, 30 Minuten, oder? Mal schauen, vielleicht wird's ja auch nur ein kurzes Video zum Anführungsstrichen vorstellen, wie es denn werden sollte. Okay. Ach, schon wieder zwei Wege, man. Nne, ich geh links haut. Aber ich habe ihn nicht zu, wie lange ich erneut bin. Ich habe ihn nicht zu sagen... Ich werde ihn nicht zu sehen... Ich habe ihn nicht zu sehen... Ich habe ihn nicht zu sehen. Wenn ich meine Achse habe, sollte man ja auch irgendwas angreifen können. Das heißt irgendwann muss irgendwann mal etwas verfolgen. So denke ich zumindest mal. Oh, Note. I found something today to satisfy my unromantic thirst. I walked today from a spry faint and found before me a bottle of red wine. I'm not sure what brands are here. For there is no label. All I gather is that it tastes wrongly metallic. Haha, my friend. That was... Ah, game saved, okay. That was, I believe, definitely... No wine. That metallic taste. What? LOL Oh, man. Oh man, oh man. Oh man. Oh man. Oh man. Langsam, äh, macht mir sp... Bild, doch, ein wenig, Angst. Oh, die kann man gar nicht unterfallen, okay. Man sieht hier aber auch so extrem wenig. What? What? Okay, okay. Na, so langsam macht mir das Spiel angst. La-li-da-di-da, la-di-da-di-da. Ah, ah, ah. Ich bin nicht so großartig oder Horror-Spiel-Fan. Das kann Jolie definitiv verzeugen. Na, no. I don't think that was mine. You don't say. Wenn hier gleich irgendwo eine Leiche ist. Und tauscht es, it was. Spouting, splashing, soaking. Inneres, ingest, invoking. Nailing, never stops the choking. Holy, was bist du, alter? Lo, 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 lo. Lass mich los in Ruhe, lass mich in Ruhe, lass mich in Ruhe, lass mich in Ruhe, lass mich in Ruhe. Das Spiel, das Vieh kann durch. Nein. Nein. Lass mich in Ruhe. Lass mich in Ruhe. Tschüss. Ich will endlich meine Axt. 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 Ahaha. No, 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 no. Da lang. oh Gott laufen 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 durch den Schleimzeug wird das viel schneller keine Ahnung lalalalalala ok rennen bringt in den Teil hier nichts lalalala laufen laufen immer schön laufen Oh Gott hast du den Note? Hast du den Note? Nein hast du nicht oi 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 lass mich da durch lass mich da durch lass mich da durch weil warum spuckt das viel Schleim aus wenn ich im Monitore ist mir egal oh mein Gott oh mein no 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 holy 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 äh ich geh mal da lang wenn ich hätte viel jetzt in die Arme dann lass dich aus no 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 ich hab keine Ahnung mir wurscht äh so lang so lang ah ja 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 lock 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 no no Wo ist das Tür lockt пам $%& aquí oi 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 ah Mami natürlich ist diese tür lockt ja das ist lustig die türen sind verschlossen ja 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 glaube ich gerade im kreis oder so okay das mit einem grünen fisch hat mich gerade im übster erschrocken meine hinteren zittert gerade wie sau das ist doch gar nicht gruselig ja seid meine verfassung mann ich lasse mich ziemlich leicht erschrecken ziemlich schnell aber ist doch egal erst mal einen kleinen einblick davon ich hoffe es hat euch gefallen auch wenn es nicht gerade lang war aber besser das als nicht sagen oder wäre super nett von euch wenn ihr ein like da lassen werdet dafür dass ich mich bei ihr abquäle und ja bis zum samstag bei den doll highlights oder bis nächste woche mittelwoche zu einem neuen spiel macht's gut und bis dann